Let's call it in the Crossfire Let's call it in the Crossfire Und zwar die hier Ein bekannter Politiker nutzt Karsitas Resort für seine Affären Beobachten Sie das Arschloch und filmen Sie den nächsten kleinen Seitensprung Einmal in den sozialen Medien wird das ziemlich weinlich für ihn und das vertellen Okay, wollen wir eine andere Sicht machen hier irgendwie? Wahrscheinlich. Das ist wieder eine Nicht-Entdeckbar-Mission hier, also muss man wieder ganz leise sein Und über eine Seite ran das Gegenteil Siehst du doch Dann zieht er erst mal im Bereich sind und dürfen sie uns nicht entdecken Wir können ja in den Bootsanleger wieder gehen oder so Äh, mit Sinn Haben wir die Seite und dann mit dem Boot rüber oder was? Ja Ja Nice and slow, ne? Oh, wie seht ihr denn? So So Erstmal aufklären, ne? Aufklären, nicht entdeckt werden Die Drohne ist oben Ich sehe eine kleine Gruppe Tango Außen lang übrigens auch, ne? Ich hab hier grad markiert Ich erkenne eine kleine Gruppe Freunde Abschluss bestätigt Ja Abschießen darf man die ja Leise Fliegen wir auf, sind unsere Tage als Spanner gezählt Ich sehe eine kleine Gruppe Tango's Und dann gehe ich aus Ich erkenne eine kleine Gruppe, Freunde. So, ich habe einen abgeschossen. Ich probiere mal rein zu gehen. Was hast du getan? Kann ich hier durch? Das kann ich nicht. Wir müssen nicht durch. Hier durchs Fenster. Kann ich nicht durchs Fenster gehen? Ach ja? Was denn? Ich komme nirgends ins Haus rein. Das ist ins Haus. Wir überpfeilen, ne? Du? Du hast dein... In serio? Diese Katze hatte ein Holzbein. Ich hab's geklaut. Ah, bueno, was? Ich nahm das Holzbein und dann... Oh, oh, oh! Aber venga, Chepaka, besser! Ja, da läuft eine Patrouille und einer steht da. Ich bin schmutzig. Aber sehr süß. Was für ein böser Junge. Ist das die Bekole? Ja, der Stehende ist ja erstmal egal. Nur der läuft, der ist das Gefährliche erstmal. Erledigt. Wo ist die Patrouille? Wer war das? Hä? Was? Ich hab doch gesagt, da sind zwei. Einer der Patrouille geht und der steht. Ja, das sieht man doch aber doch in der Map. 5. Die rannte dabei immer auf und ab. Ja, die sind ja schon drinnen. Das wär jetzt nicht so das Problem. Das ist beschissen. Das Problem war jetzt, dass unten wieder einer zu 4 rumrannte. Zweites Ziel da drüben. Du stehst nur mitten auf der Straße, ist dir klar, ne? Tango ist tot. Mann, 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 ey. So, da hinten auf der Seite kommt wieder eine Patrouille. Lass mich über links gehen. Links ist bei mir am besten. Vorne, rechts ist doof. Äh, hast du mich markiert da vorne hier? Ziel Nummer 2 da. Drittes Ziel da. Wo ist denn der jetzt hier? Ist ja irgendwo einer. Hier unten ist irgendwo einer. Roger, was rennst du denn da jetzt wieder so doof vor? Nein, das ist ein roter Punkt, Mann. Da hinten ist der, sag ich doch. Ja, warte. Okay. Ich schieß... Ich schieß... Warte, warte, warte. Ich schieß nur... Ich schieß nur eins. Drei, zwei, eins, jetzt. Wir müssen... Ja, das Tor ist doch scheißegal, oder nicht? Wir müssen doch jetzt irgendwie nur zum Politiker... Ja, das ist zwei. Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn in Ruhe. Ja, da kommen wir aber jetzt nicht ran von hier. Wo sind das, wo sind... Finden sie, das sind wir des Politikers. Wir machen das jetzt einfach. Finden sie doch irgendwo sein. Finden sie doch irgendwo sein. Wo ist denn das blöde Zimmer jetzt? Ja, wir sind ja schon überall. Hörst du den Scheiß. Selbst Bomben wird da keiner abgehen. Scheiß drauf, haltet mich lieber fest, bevor ich da rein gehen und mitmache. Wo ist die Tür auf? Hä, wie komm ich hier rein, Alter? Aber sicher, Papa. Hast du ein böser Junge? Mit der Drohne reinfliegen? Das ist nicht zu einfach, mit der Drohne. Ich probier's mal. Die Drohne fliegt. Dass du gar nicht mehr da sonst reinkommst, um ehrlich zu sein. Oh. Nehme ich jetzt auf, oder nehme ich jetzt nicht auf? Ja, ja, genau. Ja, kann man gar nicht rein, muss man nur da Drohne reinfliegen, lass doch. Nomad, die ISA hat ein Abomac gemacht. Die Drohne ist zurück in Aqsaverde. Gute Arbeit. Er schmeißt jetzt jeden Abend deine Party. Er versucht die Leute zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wo ist die Party? Bei ihm. Ich denke, sie sollten die Party crashen und sich die Gästeliste holen. Ratschen, die jetzt nochmal mit der Drohne drücken. Ich glaube, es geht ja auch nicht weiter. Neuer Einsatz. Kari Cita, finden sie Kari Cita. So, ne? Auf, da. Du, 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 du.